Ist das das Auto, das zu Ihnen passt? Es ist ein Honda aus dem Jahr 2008. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine Isofix-Befestigung und eine Klimaautomatik. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Honda machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.